Nein, man nimmt die Situation durchaus ernst. Man sollte aber einen realistischen Blick auf die Dinge haben. Salzburg nehme das letzte Beispiel. 2009 Landtagswahl lag die SPÖ bei 40 Prozent, ist heute auf die Hälfte reduziert. 2013 hat die ÖVP gewonnen, allerdings mit Verlusten damals dann, ich glaube, auf 29 Prozent oder 27 Prozent. 29. 29 Prozent im Jahr 2013. Und hat dann 2018 diesen Kurzeffekt gehabt, wo sie auf 37 Prozent gekommen sind. Jetzt liegen sie noch über ihrem Ergebnis, mit 30 Prozent über ihrem Ergebnis von 2013. Das heißt, was passiert ist, der Kurzeffekt ist weg. Und da muss ich einfach schmunzeln. Es ist doch eine Ironie, dass der Herr Hessenthaler sich von der linken Szene abfeiern lässt, in den letzten Tagen im Volkstheater, als Mann mit Zivilcourage, der die Blauen bekämpft hat. Das Ergebnis seiner Bemühungen ist, die Blauen sind erstärkt und der Kurzeffekt ist weg. Also das ist das Ergebnis vom Ibiza-Video. Wer immer da geglaubt hat, der kann die Blauen an die Wand fahren, hat offenbar das Gegenteil bewirkt. Aber jetzt kann man sich ja betrauern deswegen, aber besondere Tendenzen, um gegenzusteuern, zumindest von Seiten der ÖVP. Lass uns das grundsätzlich einmal anschauen. Es gibt, wenn man es vereinfachen will, gesellschaftspolitisch zwei Typen. Es gibt den einen, der richtet die Erwartungen gegenüber dem Leben an sich selbst. Der sagt, was kann ich tun, damit es mir und den Meinen so geht, wie ich mir das vorstelle. Tendenziell bürgerlich blau. Dann gibt es jene, die richten diese Erwartungen ans System. Die sagen, was kann das System, was kann die Gesellschaft, was kannst du tun, damit es mir gut geht. Tendenziell linksgrün. Und die Neos haben, glaube ich, das Problem gehabt, dass sie nicht wussten, wo sie sich zwischen diesen beiden Polen positionieren. Und was die Freiheitlichen im Moment, weshalb sie Konjunktur haben, ist, dass, vielleicht erinnere ich mich nicht nur als Deutscher an diese Werbung, die es gab für eine Halbfettmargerine. Du darfst. Diese Werbung war, ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst. Und das ist das, was die FPÖ gerade spielt. Egal, ob das LGBTQ, Gendern, Klimakleben, Migration, alles, was den Leuten Verzeihung am Arsch geht, sagt sie, das darf der am Arsch gehen. Die Grünen belehren, die Roten belehren, die Neos leider zum gewissen Teil auch, belehren die Menschen, wollen von ihnen was. Und da hat die ÖVP noch nicht ganz ihre Rolle gefunden. Aber die Freiheitlichen sind im Moment in der Gesamtstimmungslage der Gesellschaft so nah an ihrem Markenkern freiheitlich, wie sie es eigentlich lange nicht waren.